Es hat mich auch geärgert in der einen Runde, wo der Eisner mit der Trophäe abgehauen ist, dass ich nicht den dritten noch gekriegt habe von dem einen Team. Ja, aber der andere war ja schon wieder am Stehen. Jaja, aber da hatte ich zwei Stück gekillt von dem Team. In dem scheiß dritten noch, das wäre geil gewesen, hätte ich ein 3er Team ausgeschaltet. Eigentlich müsste es mal so machen wie bei Kommandos, jeder Charakter hat so seine Spezialfähigkeiten. Der eine geht zum Beispiel nur auf Scharfstütze, der andere geht zum Beispiel nur auf Nahkampf und der andere geht dann so auf, also Nahkampf meine ich jetzt so Sprenglanze, Bosskillerwaffen und so weiter und der andere geht auf Nahkampf Rotflint und so weiter. Dann haben wir von allem was dabei und ihr müsst mir immer den Weg freiräumen, dass ich mit der Sprenglanze sozusagen den Boss killen kann. Und ich bin zum Beispiel Fernkampf und bin der Erste, der tot ist. Der ist nicht der Fernkampf, der mache ich dem besser. Ich wollte gerade sagen, er würde Fernkampf machen, du würdest Nahkampf machen und ich würde dann mit der Sprenglanze immer gehen. Silverator oder Catfish als erstes? Wir können es auch aufteilen. Gut, dann gehe ich kein Fisch. Dann gehen wir Stillwater. Und da ja unten welche angefangen haben können, sollten wir alle rennen. Ja. Damit wir alle innerhalb von 50 Sekunden sterben. 13. Hast du ja ein gutes Vorbild bei dir. Ja. Er ist Rekordhalter. 13 Sekunden. Das habe ich noch nicht mal geschafft. Nein. Überleg mal, wie das passiert ist. Ich bin gerade noch ein paar Schritte gelaufen, schon war ich tot. Ja. Ja. Weil direkt neben dir alle angefangen haben. Ja. Das ist der Herr, du bist der Rekordhalter. Ja. Ich habe was gehört. Ja. Das Schlaftausrichtung schießen sie. Fährt. Sagt mir, dass ihr einer das Rad? Ich bin fährt. Gut. Steht der Hinweis? Ja warte, ich lasse mich mal als erstes, weil ich am Rand bin. Aber ich bin auch noch bei meinem jetzt gleich. Ich nehme ihn gerade auf. Ich nehme ihn auch auf. So. Ja. Perfekt. So. Kapelle oder Alice oder Rika. Ich lege gleich schon Kapelle, die ist näher. Da schießt einer. Ich. Warum schießt du so laut? Woher schießt du? Woher schießt du, Eis? Ich habe so ein Teil Dinge. Da ist der Hinweis. Schon aufgenommen? Ja. Wer hat das schon? Madonna. Ey, wer schießt? Da ist einer. Eis, du hast gerade schön auf uns aufmerksam gemacht. Weißt du was? Auch gut für uns. Nicht wirklich. Überraschungsmoment fehlt. Vorbei. Keiner hat eine Nahkampfwaffe. Ne, ist okay. Da unten schleicht einer. Ich bin noch ein bisschen weiter weg. Ich bin in den Wittschernverband. Segelmühle. Da ist eine Frau. Ich bin genau. Ich bin genau in der Falle. Da ist eine Frau. Ja, bei mir. Das ist bestimmt die, die auf mich geschossen hat. Ja, ich sehe sie. Wenn sie stehen bleiben würde, könnte ich sie. Ist sie oben auf den Felsen oder unten? Da ist sie. Ja. So unten. Angeschossen. Jetzt hättet ihr sie erledigen können. Ich seh die ja nun schon mal. Ich seh sie nicht. Ach so. Ich bin hinter dem Felsen. Ich seh die auch nicht. Ich seh sie nicht mehr. Ist da unten gerannt. Hier so Richtung Hütte. Ja. In die Richtung. Da ist sie gerannt. Nee, das ist ein Kerl. Der hat mich mit der Special Munition nämlich. Okay, warte mal. Wo ist der jetzt? Hier. Da kommen noch welche. Ja. Ja, der dritte Partner wahrscheinlich noch. Ich seh keinen. Ich höre nur niemanden die ganze Zeit ein, aber mir auch nicht. Oh, scheiße. Ich stehe gerade mittendrin. Die Frau ist noch mal unten bei der Hütte. Auf der Kerl. Von der Kader Schuss ja gerade. Nee, die Frau ist weg. Aber der... Da. Da rennt noch einer. Die Frau ist tot. Das sind zwei Teams hier. Plus uns. Scheiße. Die Frau ist tot. Wieder. Da ist noch einer. Zombie. Da unten, da unten. Wo unten? Den du gerade getötet hast. Ach so, okay. Das war der, der mich gekillt hat. Oh, das bist du, der da schleicht. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ruhig, 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 ruhig. Hinter uns. Oh, da kommt wieder einer angerannt. Hinter uns. Ja, ja. Das ist nicht nur einer. Nein. Drei. Oh, scheiße. Den einen hätte ich erwischen können. Alter, wie viel kam der jetzt? Können Sie mal sagen? Das, was wir gerade so wenig hatten, haben wir jetzt hier zu viel. Ich würde mal sagen, wir hatten... Ich würde mal sagen, wir hatten... gerade alle drei Teams gehabt. Kann es sein? Kann möglich sein. Ja. Das Spinnenteam ist runtergekommen wahrscheinlich. Ein getötet, einmal draufgegangen. Naja. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir hatten ja gerade drei Teams gehabt. Ja. Das eine, was bei der schwarzen Kapelle noch ist. Das andere Team, was die anderen ausgelöscht hat. Und von dem einen Team das, was jetzt kam. Ja, aber kann ja nicht. Es müssten ja vier Teams dann gewesen sein. Mit uns, ja. Nein, nein, nein. Wir sind fünf Teams auf der Map gewesen. Naja, kein Wunder. Fünf? Einer Team? Ach so. Ein Doppelteam. Du hast den Web-Goblin getötet. Mhm. Da war noch einer. Also drei Teams, kannst du sagen, waren locker als hier gewesen. Ja. So. Ich dachte echt, die sind alle irgendwo verstreut. Oder unten beim anderen. Mann, ey. Da war ganz ehrlich, wo ich jetzt doch da das Dreierteam angerannt sehe gehabt, da hab ich schon das Zeitliche gesegnet. Ich hab schon gesehen, das war's jetzt. Ja. Weil ich hab mich ja nur ins Gebüsch zurückgezogen, in der Hoffnung, dass er mich keiner sieht. Aber der hat mich gesehen, mit der Schalterbaut auf mich geschlossen. Bleib ja raus. Ne, egal. Dein Teammitgliederskill. Du weißt, ach so. Wurdest von diesem hier getötet? Dem was ich getötet, das waren zwei Team, ja. Hm. 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 Gut passiert. Du bist... Du bist... Du bist wieder raus. Ich bin jetzt grad rausgegangen. So. Ins Menü, glaub ich. Romero. Will dich nicht, ne? Ich nehm die so, wie ich die gekriegt hab, kostenlos. Ich sag, ich geb erstmal jetzt kein Geld aus. Ja, bei mir ist immer so ne Sache. Ja. Ich muss erstmal wieder sparen, ich bin wieder unter 10.000. Ich bin auch schon längst wieder unter 70.000. Ja, aber lieber das letzte Mal. Ich bin... Ich bin... Ich habe mit 7.700 und angefangen und aufgehört wieder mit 7.700 und. Okay. Hey. Und dann will ich jetzt ein bisschen wieder aufstocken. Ja. Kann dir ein bisschen was abgeben. Ja, versuch es doch. Ich geh mal wieder auf die Spectre über, ja. Guck ja. Ja, Anna. Der Name passt nicht zu deinem Charakter. Aber ja, Anna. Gut. Darcy Wilson passt auch nicht zu nem Kerl, aber... Ned Darcy? Ist das nicht die Frau von dem Nachbarn hier von Al Bundy? Boah, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Diese schrille... Ich bin... Ich weiß nur, in fast jeder Runde... ...der habe ich bis jetzt immer als Stückungsbomben mitgenommen. Ich habe bis jetzt kein einziges Mal gebraucht. Auch nicht einmal. Jedes Mal, wenn wir sie mitnehmen, werden wir nicht abgefackelt. Oder sterben so oder so. Ja, genau. Ja. Das ist so normal irgendwie, ne? Ne. Der Standard bei uns. Irgendwie schon. Wir können ja wetten, wer den nächsten Rang auf- oder Abstieg hat. Boah, das lässt sich grad ganz schwer einschätzen. Ich sag, ich steig als nächstes ab. Ich steig auch wieder ab. Ich steig von drei auf zwei Sterne runter. Hä? Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, aber ich sterbe hauptsächlich nur noch in letzter Zeit. Entweder weil die Jäger besser werden, oder du wirst schlechter. Hat keine Übung mehr. Kann an beides liegen. Okay. Die werden besser, ich werde schlechter. Beides gleichzeitig. Ich bin aber nur im Training gut. Im Training hast du dich gebessert, ja. Ja. Wenn du das jetzt nur auf die richtigen Kämpfe umsetzt, ja. Windfield hat eine Reichweite von 151 Meter passt. Ach, hast du jetzt eigentlich mal geguckt nach deiner Sprenglanze? Ach so, ne. Ne. Warte mal, vielleicht schaff ich's. Ne, schaff ich nicht mehr. Einfach unter Shop, äh, Arsenal gehen. Egal. Guck ich beim nächsten Mal. Waffen... Da. Sprenglanze... Hat, äh... Seh ich ja nicht. Wo ist denn die Sprenglanze? Bombolanzo... Da ist die Sprenglanze. Die Sprenglanze... Nahkampf 180. Ja. Und... Fernkampf 150. Ein schwerer Nahkampf... Ne, schwerer Nahkampf 360. Ja. Also wenn ich mit ihm aushole. Ja. 360, ja. Das ist ein Bosskiller. Das ist ein Bosskiller, ja. Ja. Vier fünf Hebe und der Boss ist flach. Vorher nochmal schön so eine Granate drauf gefeuert. Das sagt der Nemesis jedes Mal, wenn er uns sieht auch. Vier fünf Hebe und dann liegt die Jill. Dann liegt die Jill flach. Ja. Dann liegt sie wieder meinen kleinen Parasiten oben rein. Ja. Dann liegt sie wieder meinen kleinen Parasiten oben rein. Das war grad schon wieder echt wie dieser wieder Witz, ne? Drei Teams plus uns auf einem Grundstück. Ja. Den Giga, den ich gerade auf 17 gemacht habe, oder auf 13, war direkt wieder weg. Windy Run. Die Spinne ist kleiner gefällt. Okay. Also ich... Können wir auch sagen, dass einer hoch geht direkt. Kann ich nicht. Das ist so eine scheiß... Mauer. Geht ihr hoch und ich hol noch hier den Hinweis. Gut. Aber vorsichtig, es können auch welche wieder angefangen haben. Welche? Am nächsten Wegesrand. Ja. Was ist das? Ich bin ein Hunde. Ach ne. Hunde. Mach Hunde nicht. Ach, das liegt einer Gegenseitigkeit. Das liegt auf Gegenseitigkeiten. Die Hunde möglich auch nicht zu sein. doch sie fressen mich gern die haben dich zum fressen gehören mit feuer die ich bin im werden einen gegrillt gefängnis oh nö dann geh ich schon mal Richtung Knast halt eben das war ich sorry ich bin jetzt hier echt ja es leuchtet weiß hier ich bin jetzt hier so ich hab den hinweis aufgenommen ja ich hab die spinne schon mal aufgedeckt so direkt hier ich weiß du machst es jetzt wie unser Herr Baron und mir nicht zuhören aber das ist eine schlechte Angewohnheit was denn ich hab die ganze Zeit gesagt die Spinne ist hier ach so ich hab grad auf die Karte geguckt deswegen fett war ich ich hab die Karte ich hab die Karte ich hab die Karte und jetzt getreide mühle ich höre Schüsse wir wollen ja auch hier her von wo ich schätze das war Lawson Station Richtung oder hier Sweetbill Sweetbill wäre nicht gut Nee natürlich immer noch weiß gegen die Spitze nicht schlecht aber nicht das was ich brauche Ich frage von wo kommen jetzt die Schüsse die waren auf der anderen Seite bei dem anderen Boss Bist du von da oder was? Da wo unser Herr Baron drüben ist Hab alle drei beim Gepökeln Da hinten Finde hier nichts zum zuschlagen Für die Spindel Echtig Ich geh jetzt in die anderen Häuser und noch gucken Hunde kommen aus eurischen Gebelle Ja War ich aus Versehen Ich hab nen Hammer hier oben Ja? Ja hier Direkt neben Vielleicht find ich ja noch was zweites zum zuschlagen Die Axt hier die ich habe So ich komm wieder rein ich hab die Axt Ich hab nen Hammer Haben wir schon mal 300 gesichert Hammer! Ich komm runter Ich hänge fest Ah Bei mir ist es wieder Solverprobleme Ja Komm schon Angeblich bin ich jetzt runter gefallen Ja Danke Ich nehm die Seite mal mit Ich muss denn hier rein Was ist denn? Ich ist hier oben drin Jetzt hängt sie hier an der Decke Unter dir Unter dir Entschuldigung Entschuldigung Jetzt hab ich schlicht und scheiß immer leider die Axt verloren Was ist jetzt der Hammer? Wie ist es jetzt aus? Wie ist es jetzt aus? Wie ist es gerade aggressiv? Dann haben wir sie hier oben liegen lassen Wie ist es denn? 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 Wer weiß Wie ist es denn? Wie ist es denn? Kommen wir nicht so nahe Sonst verbrennen wir das Gegensein Middplants Ja, ja Hier unten kam er auf. Wer? Er vor der Tür hier. So. Habt ihr sie? Ja. Wir müssen nur runterkommen jetzt um zu verbanen. Wo ist die? Da. Was? The one, ninety eighty one. Okay. Ich muss die Frage, ob sie jetzt rüber kommen oder nicht. Ja, die nächste Frage. Ich tippe mal auf ja. Ich hoffe auf nein. Ich beobachte die Blitze. Aber die sind bestimmt nicht alleine. Ich glaube sind sie bei Blensch. Wir dachten vorher auch, wir hätten nur ein Team. Ja. Und plötzlich kamen drei. Geil. Wo ist der Ausgang überhaupt? Ach, direkt neben mir. Die gehen oben raus. Na Gott sei Dank. Oh, hier ist auch noch mal drinne. Die hätten wir auch noch benutzen können. Was? Hm. Hier ist der Doktor. Dann bin ich hoch. Ich. Ich. Als Schafschiff. Was? Hier ist ne Kasse. Wie denn nur Geld für mich? Wie denn nur Geld für mich? Ne 50. Wo? Bei dir oben was? Ja. Wer kommt als erstes und als letztes? Wo ist er denn? Hier bei mir oben. Ja. Zu spät. Ich weiß nicht wo. Auf dem Turm. Ja. Okay. Na gut. Die Knoblau war eh schneller. Die sind raus die beiden. Und hier liegt nämlich auch noch nen Hammer. Wär der dritte Hammer hier auf dem Feld. Was fällt euch jetzt alles auf? Ja. Ich hab die Tür jetzt gerade zum Ende. Erstmal geöffnet. Ja. Geht ihr bitte auf? Ja. Mach du schon mal den Weg frei. Mach du schon mal den Weg frei. No. Nix rotes. Äh. Wieso haben wir nur 75? Was? Ich hab die aufgehoben. Ist doch gut so. 150 haben wir. Am Ende. Wir haben die extrahieren. Gut. Gut gerade waren 200 aber nur weil wir gerade schneller waren. Jetzt haben wir nämlich die... Das ist aber dann richtig ein weiß, eins blau. Ja. Ja. Das weiße bist du, das blaue ist dein Partner. Äh. Wer war das? War ich. War ein Pferd. Ja. Die armen Pferde, ey. Jetzt können wir... Können wir keinen schönen Sauerbraten machen. Das war gerade ein Zombie. Achso. Ich dachte es wäre schön dann wieder ein Sauerbraten. Nix rotes. Mit einer Handarmbrust. Ja. Ja. Hast du Spaß, ne? Bisschen. Sauerbraten. Nee. Danach schießt den Pferd über den Pferd in die Kuschel und nimmt den Pferd wieder auf. Ja. Zieht ihn wieder auf bei der Armbrust und schießt wieder auf die Kuschel vom Pferd. Nimmt ihn wieder auf. Ich konnte mich gerade richtig sehen. Wir haben nun geschossen. Wir haben nun geschossen. Wir haben abgeschossen. Pferd wieder eingesammelt. Abgeschossen. Pferd wieder eingesammelt. Wer den Apfelbaum mit Apfelsaft begießt? Ist das dann Kannibalismus? Nein. Nein. Das nennt man Bewirtschaftung. Das ist dann Apfelsaft Donner. Wuh. 831 Geld. Wuh. 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 Ich weiß nicht. Es steht hier auf der Map. Werden wir elf Leute? Oh, hey. Vergabe darbringen. Vergabe darbringen. Für meinen Tribut erhalte ich 169 Hand Dollar. Ich bin jetzt bei 14.000. Ich bin bei 9.475. Oh, es gibt auch jetzt Erstickungsbolzen für die Hand am Post. Wer hat der gerade gekauft, wahrscheinlich als kostenlosen Jäger, der Eis. Wir saugen gerade alle kostenlosen jedes Mal. Ja, die ganze Zeit. Jetzt sind wir schon mit sowas so tief gesungen, dass wir alle noch kostenlose nehmen. Ja. Aufgepasst, hier kommt das dynamische Trio. Die drei Weiblichkeit. Ja, eine Dreckschein, eine schwarze, eine weiße. Die Estelle, die Anna und die Lydia. Die, die geht mal auf Windfield. Scheiße, der muss aber wirklich kein Geld mehr haben. Schon seit letzter Runde. Die nehme ich so rein, wie ich sie gekriegt habe. Ja gut, die Windfield Meisterschütze, die ist auf nahe Entfernung schon ganz gut. Weil da hast du heute, ich glaube, 10 oder 12 Schloss auch hintereinander. Ja. Deswegen, mit der habe ich auch schon geschossen. Die ist schnell. Aber hat er nur eine Reichweite, ich glaube, von 120 oder 124? Die Reichweite beträgt 150. 150? 151, um genau zu sein. Achso, ja. Genau. Und wenn du mit Spezialmunition Vollmantel machst, dann kommst du auf 170 oder irgendwas, ne? Weil die hat 110 Schaden. Ja, aber wenn du mit Vollmantel machst, kommst du auf 170 oder irgendwas, ne? Ich glaube schon. Ich wollte gerade sagen, da war nämlich irgendwas gewesen. Auf 194. 90. Ah, es hat sich gerade einen gekauft, oder? Das habe ich nicht. Ich habe ihn nicht gekauft. War der kostenlos? Ja. Okay. Oh, ich habe nur eine kostenlose Hochgeschwindigkeitsmunition. Der hat schwarze Augen. Nein, der hat nur schwarze Augapfel. Schwarze Iris.